Das Bands & Trens Hill auf Joke TV und der nächste Show kommt vor. Hallo zusammen, ich bin Lina Batten. Willkommen bei Joke TV. Wir haben heute eine grandiosen Entdeckung gemacht. Und zwar weiss ich seit heute, was der lieb Gott für ein Instrument spielt. Was für ein Instrument spielt er? Der lieb Gott spielt logischerweise Tuba, weil es heisst ja Vater unser, der du bist im Himmel. Oh mein Gott!